Achtes Kapitel Der Kroketplatz der Königin Ein großer Rosenstock stand am Tor des Gartens. Seine Rosen waren eigentlich weiß, aber drei Gärtner waren gerade eifrig dabei, sie rot anzumalen. Alice kam dies sonderbar vor und als sie näher trat, um ihnen zuzusehen, hörte sie einen von ihnen sagen Pass auf, Fünf! Bespritzt mich nicht so mit Farbe! Ich kann nichts dafür, sagte Fünf verdrießlich. Sieben hat mich am Ellenbogen gestoßen, worauf Sieben aufsah und sagte Mach nur weiter, so Fünf. Schiebe nur immer die Schuld auf andere Leute. Du solltest mal ganz still sein, sagte Fünf. Gestern habe ich erst die Königin sagen gehört, dass du verdienst, geköpft zu werden. Wofür? fragte der, welcher zuerst gesprochen hatte. Das geht dich gar nichts an, Zwei, sagte Sieben. Und ob es ihnen etwas angeht, sagte Fünf, ich werde es ihm sagen, dafür, dass du dem Koch Tulpenzwiebeln statt Küchenzwiebeln gebracht hast. Sieben warf seinen Pinsel hin und rief, hat es je eine ungerechtere Anschuldigung? Als sein Auge zufällig auf Alice fiel, die ihnen zuhörte. Er hielt plötzlich inne. Auch die anderen schauten sich um und sie verbeugten sich alle tief. Würdet ihr mir bitte verraten, fragte Alice ein wenig befangen, warum ihr diese Rosen rot anmalt? Fünf und sieben antworteten nichts, sahen aber zu zwei. Zwei antwortete leise, um die Wahrheit zu sagen, mein Fräulein, dies hier hätte ein roter Rosenstrauch sein sollen und wir haben aus Versehen einen weißen gepflanzt. Und wenn die Königin das herausfindet, lässt sie uns allen den Kopf abschlagen. Wie ihr seht, geben wir gerade unser Bestes um, bevor sie kommt. In diesem Moment rief Fünf, der ängstlich Ausschau gehalten hatte, die Königin, die Königin und alle drei Gärtner warfen sich sogleich flach auf den Boden. Lautes Getrappel war zu hören und Alice, gespannt darauf, die Königin zu sehen, schaute sich schnell um. Zuerst kamen zehn mit Schlägern bewaffnete Soldaten, die allesamt die gleiche Figur wie die Gärtner hatten, rechteckig, flach und Hände und Füße an den vier Ecken. Es folgten die zehn Höflinge, die ganz mit Karos geschmückt waren und die ebenso wie die Soldaten paarweise gingen. Dann kamen die königlichen Kinder, es waren ihrer zehn und die süßen Kleinen sprangen fröhlich Hand in Hand dahin. Sie waren ganz mit Herzen geschmückt. Hierauf folgten die Gäste, hauptsächlich Könige und Königinnen. Unter ihnen konnte Alice das weiße Kaninchen erkennen, das sich in ganz hektischer Weise unterhielt, bei allem lächelte, was gesagt wurde und ging an ihr vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgte der Herzbube, der die königliche Krone auf einem roten Samtkissen trug und ganz am Ende dieser eindrucksvollen Prozession kamen Herzkönig und Herzkönigin. Alice war sich nicht ganz sicher, ob sie sich ebenfalls flach auf den Boden legen sollte wie die drei Gärtner, konnte sich aber nicht erinnern, je von einer solchen Sitte bei Prozessionen gehört zu haben. Und wozu gäbe es sonst wohl Prozessionen, dachte sie, wenn alle Leute mit dem Gesicht auf dem Boden liegen und gar nichts sehen können. Sie blieb also stehen, wo sie war und wartete. Als die Prozession bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sahen sie an. Die Königin fragte streng, wer ist das? Sie hatte den Herz Buben gefragt, der statt einer Antwort nur lächelte und Kratzfüße machte. Dummkopf, sagte die Königin, während sie den Kopf ungeduldig zurückwarf. Zu Alice Gewand fuhr sie fort. Kind, wie heißt du? Mein Name ist Alice, euer Majestät, sagte Alice sehr höflich, aber sie dachte bei sich, ach was, es ist ja nur ein Kartenspiel, ich brauche keine Angst vor ihnen zu haben. Und wer sind die da, fragte die Königin weiter, indem sie auf die drei Gärtner zeigte, die um den Rosenstock mit ihrem Gesicht nach unten auf dem Boden lagen. Weil das Muster auf ihrem Rücken dasselbe war, wie beim übrigen Kartenspiel, konnte die Königin natürlich nicht erkennen, ob es Gärtner, Soldaten, Höflinge oder gar drei ihrer eigenen Kinder waren. Woher soll ich das wissen? antwortete Alice, indem sie sich selbst über ihren Mut wunderte. Das ist nicht meine Angelegenheit. Die Königin wurde pur pur rot vor Wut, funkelte sie wie ein wildes Tier an und brüllte, Kopf ab, Kopf! Unsinn, sagte Alice sehr laut und bestimmt und die Königin schwieg. Der König legte seine Hand auf ihren Arm und sagte zaghaft, bedenke, meine Liebe, sie ist doch nur ein Kind. Die Königin wandte sich ärgerlich von ihm ab und sagte zum Buben, dreh die drei um. Der Bube tat dies sehr sorgfältig mit einem Fuße. Steht auf, schrie die Königin mit durchdringender Stimme und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und verneigten sich vor dem König, der Königin, den Königskindern und allen anderen. Lass das sein, schrie die Königin, ihr macht mich ganz schwindelig. Sie wandte sich zum Rosenstock und fragte, was habt ihr hier gemacht? Eure Majestät, sagte zwei unterwürfig und beugte das Knie, wir haben versucht. Das sehe ich, sagte die Königin, die unterdessen die Rosen untersucht hatte. Schlagt ihre Köpfe ab! Und die Prozession setzte sich wieder in Bewegung, während drei von den Soldaten zurückblieben, um die bedauernswerten Gärtner zu enthaupten, welche bei Alice Schutz suchten. Man darf euch nicht den Kopf abschlagen, sagte Alice und steckte sie in einen großen Blumentopf, der in der Nähe stand. Die drei Soldaten suchten ein Weilchen hier und dort und schlossen sich dann gemächlich wieder den anderen an. »Sind ihre Köpfe gefallen?« schrie die Königin sie an. »Ihre Köpfe sind nicht mehr vorhanden, euer Majestät,« riefen die Soldaten als Antwort. »Recht so,« schrie die Königin, »kannst du Kroket spielen?« Die Soldaten schwiegen und sahen Alice an, da die Frage augenscheinlich an sie gerichtet war. »Ja,« schrie Alice. »Dann komm mit,« brüllte die Königin, und Alice schloss sich dem Zug an und war äußerst gespannt, was nun geschehen würde. »Es ist, äh, es ist ein sehr schöner Tag,« sagte schüchtern eine Stimme neben ihr. Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das ihr verstohlen ins Gesicht lukte. »Ein sehr schöner Tag,« sagte Alice, »wo ist die Herzogin?« »Psst,« flüsterte das Kaninchen. Es sah dabei ängstlich über seine Schulter, stellte sich dann auf die Zehen, hielt den Mund dicht an Alice' Ohr und wisperte, »Sie ist zum Tode verurteilt.« »Wofür?« fragte diese. »Sagtest du, wie schade?« fragte das Kaninchen. »Nein, das sagte ich nicht,« sagte Alice, »ich finde nicht, dass es schade ist. Ich sagte, wofür?« »Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben,« begann das Kaninchen zu erzählen. Alice lachte laut auf. »Psst,« flüsterte das Kaninchen ganz erschreckt, »die Königin könnte dich hören. Sie kam nämlich ein bisschen zu spät und die Königin sagte, »Macht, dass ihr an eure Plätze kommt,« donnerte die Königin und alle liefen zunächst kreuz und quer durcheinander, wobei einer über den anderen stolperte. Nach ein paar Minuten hatte jedoch jeder seinen Platz gefunden und das Spiel konnte beginnen. Alice fand, dass sie noch nie einen so sonderbaren Kroketplatz gesehen hatte. Er war voller Buckel und Kuhlen, die Kugeln bestanden aus lebendigen Igeln und die Schläger waren lebendige Flamingos. Die Torbögen wurden von den Soldaten gebildet, die sich vorbeugen und auf Händen und Füßen stehen mussten. Die größte Schwierigkeit bestand für Alice darin, den Flamingo zu handhaben. Sie konnte zwar recht bequem seinen Körper unter ihren Arm klemmen, sodass die Füße herunterhingen, aber wenn sie gerade seinen Hals schön ausgestreckt hatte, um dem Igel einen Schlag mit dem Flamingo-Kopf zu geben, so richtete er sich auf und sah ihr mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie gar nicht anders konnte, als laut zu lachen. Hatte sie dann gerade seinen Kopf aufs Neue heruntergebogen, so stellte sie zu ihrem großen Ärger fest, dass der Igel sich auseinandergerollt hatte und weglief. Außerdem war entweder ein Buckel oder eine Kuhle gerade da im Wege, wo sie den Igel hinrollen wollte. Auch die gebückten Soldaten standen immer zu auf und gingen an eine andere Stelle des Platzes und Alice gelangte deshalb bald zu der Überzeugung, dass es wirklich ein sehr schwieriges Spiel war. Die Spieler wollten alle gleichzeitig spielen, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei gerieten sie ständig aneinander und zanken um die Igel, was die Königin innerhalb kürzester Zeit zu Weißglut brachte. Sie stampfte mit dem Fuß auf und schrie alle fünf Minuten, Kopf ab! Alice fing an, sich äußerst unwohl zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen richtigen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick sicher davor war. Und was, dachte sie, würde dann aus mir werden? Sie scheinen hier schrecklich gern zu köpfen. Ein wahres Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind. Sie sah sich nach einem Ausgang um und überlegte, ob sie sich unentdeckt davonschleichen könnte, als sie eine sonderbare Erscheinung in der Luft bemerkte. Dieses Phänomen schien ihr zunächst ganz rätselhaft zu sein, aber nachdem sie es ein paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war. »Es ist die Grinsekatze!« »Jetzt habe ich endlich jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann!« »Wie geht es dir?«, fragte die Katze, sobald genug von ihrem Maul zu sehen war, sodass sie sprechen konnte. Alice wartete, bis die Augen erschienen und nickte ihr zu. »Es hat noch keinen Sinn, mit ihr zu sprechen«, dachte sie, »bis nicht auch ihre Ohren zu sehen sind, oder wenigstens eines davon.« Im nächsten Augenblick war auch schon der ganze Kopf zu sehen. Alice setzte ihren Flamingo ab und begann, der Katze vom Crockett-Spiel zu berichten, äußerst froh darüber, dass ihr nun jemand zuhörte. Anscheinend fand die Katze, dass jetzt genug von ihr zu sehen war, denn der Rest ihres Körpers blieb unsichtbar. »Ich glaube, sie spielen gar nicht richtig«, beklagte sich Alice. »Und sie zanken sich so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen kann.« »Noch nicht einmal Spielregeln, und selbst wenn sie welche haben, so hält sich niemand daran. Und du hast gar keine Vorstellung davon, wie verwirrend es ist, wenn alles, mit dem man spielt, lebendig wird. Der Torbogen zum Beispiel, durch den ich spielen wollte, steht auf und geht am anderen Ende des Grasplatzes spazieren. Und ich hätte den Igel der Königin gerade noch treffen können, wenn er nicht fortgerannt wäre, als er meinen kommen sah.« »Wie gefällt dir die Königin?«, fragte die Katze leise. »Überhaupt nicht«, sagte Alice. »Sie ist so unfassbar«. Da bemerkte sie eben, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte. Also setzte sie hinzu, in Führung, dass es sich kaum lohnt, weiterzuspielen. Die Königin lächelte und ging weiter. »Mit wem redest du da?«, fragte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah. »Mit meiner Freundin, der Kescheierkatze«, sagte Alice. »Darf ich sie, euer Majestät, vorstellen?« »Es gefällt mir gar nicht, wie sie aussieht«, sagte der König. »Sie darf mir jedoch die Hand küssen, wenn sie möchte.« »Lieber nicht«, sagte die Katze. »Sei nicht so frech«, sagte der König. »Und sie mich nicht so an«. Er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte. »Darf doch die Katze den König anschauen«, sagte Alice. »Das habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß nur nicht mehr, wo.« »Sie muss weg«, sagte der König sehr entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging. »Meine Liebe, ich wünschte, du ließest diese Katze fortschaffen.« Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, ob große oder kleine, aus der Welt zu schaffen. »Kopf ab«, sagte sie, ohne sich auch nur umzuschauen. »Ich werde selbst den Henker holen«, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice fand, dass sie ebenso gut zurückgehen und nachsehen könnte, wie das Spiel stand. Schon von Weitem hörte sie die Stimme der Königin, die vor Wut außer sich war. Drei Spiele hatte sie schon zum Tode verurteilt, weil sie die Reihenfolge nicht eingehalten hatten. Alice behagte es gar nicht, dass das Spiel in solcher Verwirrung war und sie nie genau wusste, ob sie an der Reihe war oder nicht. Sie machte sich jedoch auf die Suche nach ihrem Igel. Dieser befand sich gerade im Kampfe mit einem anderen Igel, was Alice eine vortreffliche Gelegenheit schien, einen mit dem anderen zu treffen. Allerdings war nun ihr Flamingo zum anderen Ende des Platzes gegangen, wo Alice gerade noch sah, wie er höchst ungeschickt versuchte, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, hatten die Igel aufgehört, miteinander zu kämpfen und waren nirgends mehr zu sehen. »Das ist nicht weiter schlimm«, dachte Alice. »Alle Torbögen sind ohnehin von dieser Seite des Crockettplatzes weggegangen.« Sie klemmte sich also ihren Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder weglaufen konnte, und kehrte zu ihrer Freundin zurück, um weiter mit ihr zu plaudern. Als sie zur Grinsekatze kam, war sie sehr erstaunt, unter ihr einen großen Auflauf versammelt zu sehen. Henker, König und Königin lieferten sich gerade ein Wortgefecht, wobei alle drei gleichzeitig sprachen, während die übrigen ganz still waren und bedrückt wirken. Sobald Alice hinzukam, wurde sie von allen dreien aufgefordert, den strittigen Punkt zu entscheiden, und sie wiederholten ihr ihre jeweiligen Ansichten, obwohl alle gleichzeitig sprachen und kaum zu verstehen war, was der Einzelne sagte. Der Henker behauptete, dass man keinen Kopf abschlagen könnte, wenn kein Körper vorhanden war, dass er so etwas noch nie getan habe und jetzt zu alt sei, um noch etwas Neues zu lernen. Der König behauptete, dass man alles, was einen Kopf hatte, köpfen könnte, und dass man nicht so viel Unsinn schwatzen sollte. Die Königin behauptete, dass wenn nicht binnen kürzester Zeit etwas geschähe, sie die ganze Gesellschaft köpfen ließe. Diese letzte Bemerkung hatte der Versammlung ein so bedrücktes Aussehen verliehen. Alice wusste nichts anderes zu sagen als, er gehört der Herzogin, es wäre am besten, sie zu fragen. Sie ist im Gefängnis, sagte die Königin zum Henker. Hole sie her! Und der Henker lief wie der Blitz davon. In diesem Moment begann der Kopf der Katze immer undeutlicher zu werden, und gerade in dem Augenblick, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, war er vollkommen verschwunden. Der König und der Henker liefen ganz aufgeregt umher und suchten die Katze, während die übrige Gesellschaft zum Spiel zurückging.